So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eben habe ich ja noch einen Stream gemacht, eben die halbe Stunde für die Levelaufstiege, jetzt ist es 11.35 Uhr, wir wollen trotzdem mal ein bisschen rausgehen, rumlaufen und den Abra-Z-Day spielen, wie normal. Ihr werdet vielleicht von zu Hause spielen, ihr werdet vielleicht auch ein bisschen rausgehen, schreibt es mal rein, wie ihr gespielt habt. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Forschung aktiv, muss ich mal suchen hier. Drei Abra-Fangen war, glaube ich, eine Aufgabe davon und den Rest weiß ich nicht mehr. Ach so, fünf gute Würfe, nee, fange zehn Abra, steht ja noch da. Irgendwas war mit zehn Power-Ups geben, genau, zehn Power-Ups, da habe ich ein Metagross gepusht, ein Hunderter aufs Max, dann fünf gute Würfe war dabei und jetzt fange zehn Abra, da können wir ja direkt eins, was hier sitzt, nehmen und einfangen. Macht Sternstück natürlich, ja, und ihr wisst, es gibt dreifachen Sternenstaub mit Sternstück, also dann 4,5. Eigentlich wollte der Ditschen mit unterwegs sein, der liegt aber oben, schläft und hat einen roten Kopf, wie immer halt. Deswegen laufe ich mal ein Stück rum, guck mal, was es sonst noch so gibt, guck mal, was die Belohnung ist, auch hier beim ersten, wenn wir das erste Kapitel abschließen, dann nehmen wir zehn Bälle mit, 20 Bonbons, gucken, was hier drin ist. Und jetzt ein, ein Shiny Abra, das erste, vor allem ist das total blass. Ich stelle euch mal hier ab und fange das mal kurz. So, wunderbar. Da nehmen wir auch extra eine goldene Bäre, obwohl das kann ja nicht fliehen, das ist ja kein, das ist ja kein Wildes, das ist ja eins aus der Quest. Und ich dachte, das kommt vielleicht ganz am Ende als Belohnung, ein Shiny Abra, aber sie hauen es direkt im ersten Kapitel raus. Vielleicht gibt es ja in jedem Kapitel eins. Dann haben sich die 99 Cent auch gelohnt, dann muss man gar nicht großartig rumrennen. Wir bewerten es auch gleich mal. 10, 15, 15. Aber 25. Vierter, wir nehmen das mit, wir gehen direkt ins Kapitel 2. Beziehungsweise ist ja da sogar noch eine Pokémon-Belohnung drin. Da haben wir auch noch einen Rauch, aber der hält erst mal drei Stunden und die nächste Belohnung ist ein normales Abra. Das verstehe ich nicht. Da hätte ich doch ans Ende vom Kapitel das Abra genommen und das andere einfach so aus Spaß. Oder das ist gar kein garantiertes Shiny gewesen und ich hatte nur Glück, dass das Abra jetzt Shiny war. Denn das Garantierte kommt doch bestimmt ganz am Ende, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie es im zweiten Kapitel weitergeht. Fange 15 Abra, verschicke 10 Pokémon, entwickle drei Abra. Wir laufen mal so ein bisschen rum, fangen ein paar Abra, melden uns dann zurück, wenn wir das letzte haben. So, wir sind jetzt in der Cari das Gast. Ich habe mich mal untergestellt, weil es regnet. Nein, natürlich nicht, aber ich finde es irgendwie so genial. Ihr könnt ja wirklich, wenn ihr einen Abra habt, das Fangen, von dem ein Foto machen und auf der Fotobomb erscheint das nächste Abra, was ihr dann wild fangen könnt, können wieder ein Foto machen und das immer so weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da ein Limit gibt, ob ihr das bei einer bestimmten Anzahl noch machen könnt. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt hier die Aufgabe bei der Special Quest auch fertig. 15 Abra, jetzt müssen wir 10 Pokémon verschicken und drei Abra entwickeln. Wir nehmen einfach mal die letzten drei, entwickeln die fix. Gab es schon wieder einen Bug. So, 1, 2, 3. 10 Stück verschicken wir gleich noch, dann ist Kapitel 2 auch fertig. Und ich habe eben den Herrn König getroffen. Der hat mir bestätigt, dass das Abra aus der Forschung eben nicht garantiert Shiny ist. Er hat ihn nämlich auch gekauft für 99 Cent und bei ihm kam ein normales aus der ersten Quest. Es war also wirklich nur Glück, dass das erste aus der Quest, die erste Belohnung ein Shiny war. Ganz am Ende gibt es, glaube ich, ein garantiertes. Das heißt, ich müsste ja mindestens zwei Shinies aus der Spezialforschung bekommen. Er hat aber keins bekommen bis jetzt. Ist jetzt auch bei Kapitel 2. Mal gucken, ob ich ihn noch mal sehe. Die Stadt ist auf jeden Fall leer. Es sind kaum Leute unterwegs, die Pokémon zocken. Aber wenn das mit dem Foto so gut klappt, könnt ihr das wahrscheinlich eh alles von zu Hause aus machen. Sollt ihr ja eigentlich auch, deswegen. Aber so ein kleiner Spaziergang für zwischendurch muss schon drin sein. Pupsi kommt nachher auch noch. Die hat es bis 11 Uhr nicht geschafft. Im Endeffekt bin ich dann fertig. Dann will sie raus. Dann muss ich noch mal mit ihr durch die Gegend laufen. Aber das mache ich natürlich gerne. Hier zehn Stück erst mal verschickt. Zack. Das ist auch fertig. Wir gucken noch mal hier rein. Jetzt haben wir hier noch 1000 EP fertig. Hier noch mal eine Belohnung. Was sicherlich auch wieder... Ne, ein Kadabra sogar. Jetzt setzen sie noch einen drauf. Das fangen wir aber jetzt mal mit Gelber Beere. Das kann natürlich wieder nicht fliehen, da es ja aus der Quest ist. Also aus der Belohnung. Also nehmen da ruhig die Bonbons mit. Ist auch drin im ersten Ball. Wir gucken mal, was das nächste Kapitel bringt. Das können wir aber auch wieder bewerten. 15, 15, 10 ist genau andersrum wie das vorhin. Nächstes Kapitel. Hier gibt es noch Knursp. 2001, noch mal eins. Und Kapitel 3 lautet... Man kann es halt lesen, ne? Wunderbar. Lande drei großartige Curveball-Würfe. Entwickele ein Kadabra. Verschicke zehn Pokémon. Wir versuchen einfach mal die drei Curveball-Würfe. Melden uns dann zurück, wenn wir nur noch einen brauchen. Und gucken, ob wir es hinkriegen. So, zwei Stück haben wir auf jeden Fall gemacht. Einen brauchen wir noch. Wir haben jetzt aus der Quest einen Vollbeat bekommen. Wir versuchen es mal bei dem. Auch drin. Drei von drei großartige Curveball-Würfe. Beim ersten Mal geschafft. Eigentlich hätte ich gar nicht die Aufnahme abbrechen müssen. Wir hätten es gleich weiter durchlaufen lassen können. Wir werden direkt jetzt auch das Kadabra entwickeln. So, was haben wir noch? Jetzt wird es wenigstens normal angezeigt. Entwickele ein Kadabra. Verschicke zehn Pokémon. Da können wir ja das nehmen, was hier ist. Obwohl, das kostet 100 Bonbons. Wir müssten eigentlich eins nehmen. Eigentlich müsste ich jetzt eins tauschen. Und das getauschte entwickeln. Ist aber keiner da. Also entwickeln wir einfach das. So. Steht auch noch mal da. Dass du es ja tauschen kannst. Dann kostet das nichts. Aber wer so viele Bonbons hat. Und was mache ich damit? Ich entwickle ja sonst auch keine. Großartig. Für die Go Battle League brauche ich auch keins. Wir entwickeln das einfach mal. Hat das jetzt überhaupt gezählt? Nicht, dass es nur zählt, wenn du ein getauschtes entwickelst. Das wäre natürlich richtig mies. Wir gucken noch mal drauf. Hat gezählt. Wir verschicken noch zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sind auch fertig theoretisch mit dem Kapitel. Nehmen noch 1.500 mit. Die nehmen wir auch wieder mit. 2.000 Staub, ein Rauch und ein Rocket Radar. Jetzt müsste man ins letzte Kapitel kommen. Und da müsste es auf jeden Fall am Ende noch ein garantiertes geben. Ach so, das ist natürlich. Ihr wisst, das letzte Kapitel ist immer gleich. Einfach nur Belohnungen abholen. Nochmal 5.000 Staub, 1.500 EP, fünf silberne Bären. Und hier unten habt ihr noch 2.000 Staub, drei Bonbons und ein Pokémon erscheinen. Das dürfte ja dann noch ein Shiny sein. Das dürfte nämlich das Garantierte sein. Das andere war nur Glück. Ne, ist es nicht. Ist ein Simsala. Hmm, was ist passiert? Das verstehe ich nicht. Dann müsste ja doch das erste das Garantierte sein. Oder es gibt gar kein Garantiertes Shiny. Habt ihr ein Shiny aus der Spezialforschung bekommen? Wenn der Herr König meinte, er hat keins bekommen. Er hat ein normales bekommen am Anfang. Dann gibt es ja gar kein Garantiertes. Wenn am Ende das ein Simsala ist. Ein normales Simsala. Vielleicht war das wieder nur irgendwas geleakt. Irgendjemand hat was geredet und gesagt. Ja, garantiert. Bla, bla, bla. Aber angeblich wurde das doch im Code gefunden. Garantiertes Shiny. Shiny, aber nichts. Oh, 14, 14, 14. Das nehmen wir trotzdem gerne mit. Ich mach mal ein Häkchen dran. Lassen wir es erstmal auf der Hand. Ist abgeschlossen auf jeden Fall. Jetzt geht es nur noch ums Rumlaufen. Shiny suchen, Shiny sammeln. Zwei Stück bräuchte ich noch für die Familie wieder. Da ist das nächste auf jeden Fall. 758. Das nehmen wir aber gerne mit. Und ihr wisst, Abra kann natürlich fliehen. Wenn es wild ist. Und abreißt du bist so, so ein kleiner Banause. Da nehmen wir also gerne mal eine goldene Beere mit. Tüten das Shiny ein. Gucken, ob wir das dritte noch bekommen. Gucken mal, wann Pupsi kommt. Gucken mal, ob der Herr König noch da ist. Ich sage immer zu Herr König, weil ich den Vornamen gerade nicht weiß. Doch ich glaube, der fängt auch mit K an. Und hat nur drei Buchstaben. Aber wenn ich den jetzt sage, dann ist der ganze Name geleakt. Das können wir nicht machen. Wir können aber hier nochmal reingucken. Ne, das ist auch schlecht. Wir gucken also, wenn wir das dritte haben. So, mal ein kleines Update für zwischendurch. Es ist zwar schön, dass aus dem Rauch immer, ich glaube, alle Shinies, die ich bisher habe, habe ich aus dem Rauch bekommen. Nein, das zweite war ja aus der Quest. Es ist zwar schön, dass... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Gut, kleines Update auf jeden Fall. Der Kai hat auch gesagt, er hat keins bekommen. Jetzt habe ich gesagt, vielleicht ist das gar nicht garantiert. Und alles Quatsch. Ich habe aber eben den Liquid Ghost getroffen. Und die Lilien Rasur. Die haben beide auch die Spezial Quest. Und die haben beide aus der ersten Aufgabe, im ersten Kapitel, ein Shiny bekommen. Also, es steht momentan 3 zu 1. Jeder hat bisher aus der ersten Eins bekommen. Außer der Kai. Ich denke mal, der Kai hat auch eins bekommen. Und hat einfach nur nicht gesehen, dass das Shiny ist. Weil die Sonne geblendet hat oder so. Wenn ich ihn nochmal sehe, muss ich ihn nochmal fragen. Muss er nochmal drauf gucken, ob er nicht doch ein Shiny bekommen hat. Dann wissen wir eigentlich mehr. Dann wissen wir, dass es garantiert das Shiny gibt. Aus der ersten Aufgabe. Weil am Ende gibt es da nämlich das Simsalat. Genau. Jetzt laufe ich trotzdem noch weiter. Die laufen jetzt in die Richtung. Die anderen sind in die Richtung gelaufen. Ich in die Richtung. Jetzt laufen die dort. Alle laufen irgendwie immer gegen den Uhrzeigersinn. Ich mit dem Uhrzeigersinn. Natururin hat auch ein neues Video hochgeladen. Das nächste Shiny. Das vierte. Also theoretisch kann ich jetzt Schluss machen. Aber wir laufen natürlich noch weiter. Gucken, was sonst noch so geht. Nehmen noch ein paar Sachen mit. Grüße auch an Flo, an Annika, wenn die das sehen. Eure Kids immer am Start. Immer fleißig. Immer in Bewegung. Mal gucken, wann der Ditschen aufwacht. Mal gucken, wann Pupsi kommt. Und das Shiny scheint also doch garantiert zu sein. Ich sage es nochmal. Ich suche mir nochmal einen Kai. Den nehme ich mir nochmal zur Brust. So geht das nicht. Hier machen wir nochmal ein Häkchen dran. Die haben wir auch schon wieder ihr Shiny entwickelt. Die haben das erste aus der Quest bekommen und haben es direkt entwickelt. Würde ich nie machen. Ich sage immer, wartet doch bis am Ende. Und dann entwickelt das Höchste, Beste oder wie auch immer. Aber mal gucken, was sonst noch geht. Ich könnte auch mal beim Strich vorbeilaufen. Da war ich heute noch nicht. Aber Caritas Gas ist das Beste. Muss man immer mitnehmen. Ich laufe Richtung Caritas Gas. Suche mir nochmal den Kai. Berichte von den anderen Shinys. Mal gucken, wie viel er jetzt hat. So. Nochmal ein kleiner Zwischentalk. Nebenbei hier abchecken, ob da noch ein Shiny dabei ist. Der Trick mit den Fotos geht also nicht unbegrenzt. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Habe ich aber eben vergessen zu sagen. Ich habe das jetzt glaube ich fünfmal. Maximal zehnmal gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es waren mehr als fünf. Ihr könnt also nicht jedes Mal ein Abra fangen, ein Foto machen. Und dann das Fotogebombte fangen, von dem ein Foto machen. Und unendlich also über die Fotos spielen. Es geht nicht unendlich. Es ist ein Limit da. Ich sage mal zehn Stück. Ich glaube nicht, dass sie jetzt acht oder so als Limit gemacht haben. Ich glaube zehn Stück waren es, die ihr fangen könnt. Dann kommt nichts mehr aus der Fotobomb. Nutzt das aber. Nehmen die zehn garantierten Fotobomben mit. Und dann passt das. Was ihr aber machen könnt, ist Stops drehen, die Aufgaben mitnehmen. Und da wenigstens ein Shiny rausbekommen. Ach, ein Abra. Kein Shiny. So. Da sind die Kinder wieder. Wir melden uns gleich zurück. Ich habe jetzt vier. Übrigens. Wir hatten in einer kurzen Zeit schnell noch zwei gefangen. Jetzt hängt es. Okay. So, angekommen in der Knappengasse. Ist eine Einbahnstraße. Gibt es auf jeden Fall das nächste Shiny. Wie man hier sieht, da seht ihr auch das Verkehrsschild oben. Alter, was ist denn mit der Schrift los? Sieht ja richtig heftig aus. Das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Gehen weiter. Suchen das nächste. Bin mal gespannt. Also wenn das so läuft, brauche ich auch nicht den ganzen Seeday spielen. Obwohl für Sternstaub müsste man eigentlich. Guckt mal, was in Hibu alles los ist. Hier. Friseur. Nichts. Da steppt auf jeden Fall der Bär. Guckt euch das an, was da los ist. Was für eine Auswahl an richtig heftigen Hotspots. Was haben wir jetzt? Zehn. Zehn, sechs, sieben. Aber wir entwickeln erst wieder am Ende. Wenn wir das Höchste haben. Ich hoffe, man kriegt eins über 1000. Was man dann entwickeln kann. Dass man gleich ein richtig heftiges. Gut, man muss. Entwickelt nicht. Ihr müsst das Höchste von eurem Partner. Von eurem Kollegen. Von eurem Saufkumpanen. Von eurer Mutti. Keine Ahnung. Ihr müsst das Höchste Shiny von den WP. Euch geben. Und dem anderen geben. Und dann kostenlos entwickeln. Ihr wisst Bescheid. Das sind die Moves für heute. Die man machen muss. Wir ziehen weiter. Kommen jetzt wieder in die Caritas Gas. Ich gucke nochmal. Wann Pupsi kommt. Ob Pupsi kommt. Und überhaupt. Und keine Ahnung. Es ist trotzdem ruhig heute. Man sieht, dass überall die Lockmodule aussehen. Weil die sich nicht lohnen. Aber der Rauch eigentlich auch genug abwirft. Und das nächste Shiny in der Caritas Gas 758. Irgendwie haben die alle immer die gleichen WP. So kommt es mir zumindest vor. Aber egal. Wir sind gerade mal jetzt. Wann sind wir denn raus? Halb sind wir raus. Jetzt ist 13. Eine Dreiviertelstunde Spielma. Und haben jetzt sechs Stück oder so gefangen. Also ich glaube wir müssen nicht die sechs Stunden voll machen. Aber wir laufen mit Pupsi natürlich dann noch eine Runde Richtung Pappendicks Gässchen. Auch richtig genialer Name, oder? Was ist bei euch die geilste Gasse in der City? Das Pappendicks Gässchen. Das schlägt keiner. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Raps ist alleine. Das ist ein Tor. Ein Loch, Alter. Oder wenn ihr mal was erleben wollt, kriecht mal hier in das Loch rein. Da habt ihr auf jeden Fall auch immer Spaß. Wir fangen das aber. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich muss das ja noch fangen. und einfach alles andrücken. Nehmt immer schön den Sternenstab mit. Ich vergesse permanent, wenn das Sternenstück ausgelaufen ist, ein neues rein zu machen. Es ist einfach ungewohnt, so alleine unterwegs zu sein. In einer leeren Stadt unterwegs zu sein. Eine Zombie-Apokalypse um sich herum zu erleben. Und Pokémon zu spielen. Ich verstehe es nicht. Es wirkt alles nicht wie sonst. Hier sitzt so viel. Ich darf mich eigentlich gar nicht bewegen. Ich verpasse alles. So, kleines Update. Nachdem ich jetzt acht Shinies habe. Acht Stück. In einer Stunde ungefähr. Werde ich mal heimgehen. Werde gucken, dass ich den Ditschen wecken kann. Und ihn vielleicht zwingen mit rauszugehen. Vielleicht köder ich ihm und sage, wir gehen zum Rewe. Holen zwei Bierchen. Weil es spawnt so viel. Da kann man sich auch zwischendurch mal hinsetzen. Einfach ein bisschen fangen, was in der Umgebung ist. Und dann da was mitnehmen. Plus, wir haben einen Kai getroffen. Der würde gerne den Raid am Dino machen. Vielleicht nehmen wir den noch mit. Ihr wisst, keine Raids beim Seedate. Aber von Kai machen wir das natürlich gerne. So. Jetzt muss ich hier noch das fangen. WP 50. Und Sternstaubfarm und Ditschen wecken. Und let's go. Na ja, die nicht wegrennen. Hallo. Bist du jetzt wach? Willst du vielleicht ein bisschen mit raus? Seedate spielen? Gleich. Wetter ist schön. Wir können dir zwei Bierchen holen. Und dann immer mal einen Rast machen. Weil man kann viel sitzen und chillen. Und ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein. Alles gut, okay. Ich warte draußen kurz. Also hier vor der Tür. Bis gleich. Adi. 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 Renne ich weg? Komm mit. Los, los, los. So, und da ist das nächste Shiny. Wie ihr seht, hat auch alles geklappt. Norman Ritter ist am Start. Ist zurück. Unter den Lebenden. Das tüt man jetzt auf jeden Fall auch noch ein. Und suchen gerade einen Kai. Mit dem wollen wir nämlich gleich den Fünfer Raid machen am Dino. Und der Franz macht vielleicht noch mit. Plus der Liquid Ghost. Da hat er mir noch einen Pass, ne? Wer lacht denn da? Nein. Okay. Dann auf jeden Fall Prost zum C-Day. Lass dir's schmecken, mein Guter. Das Shiny. Eingetötet. Zack. Hast du das? Prost auf den C-Day, ne? Sag mal, ist doch deine Flasche. Ist doch viel mehr drin als meiner, ne? Jetzt bin ich schon wieder abgezogen. Eigentlich habe ich gerade was gefilmt im Rewe mit Maske, aber das lassen wir weg. Das war blöd, ne? Ja, Maskenpflicht wisst ihr ja selber. Safety first, alter. Deswegen, serviert die Wurst. Das ist der Raid-Alarm. Immer wenn mehr als zwei Personen beim Raid sind, geht der Alarm los. Deswegen macht keine Raids, bleibt zu Hause, dann wisst ihr, was gut ist. Ne, wir machen fix den Raid am Dino, natürlich. Schön mit einer Eisarmee, hier alles sitzen voll, kein Abstand, keine Maske, nix. Alles illegal. Quatsch. Ich filme nur aus personenschutzrechtlichen Gründen nicht. Und der Alarm war wieder mal was anderes. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr in einem kleinen Dreckskaf wohnt. Das immer am ersten Samstag im Monat. Heute ist nicht der erste Samstag im Monat, aber trotzdem in regelmäßigen Abständen macht es immer. Um zu gucken, ob die Leute noch wach sind. So, wir sind auch gleich durch mit dem Raid. Ging auf jeden Fall fix. Pupsi ist immer noch nicht da. Auf die warten wir noch. Und wenn die dann da ist, musste ja, glaube ich, auch ihre Spezialforschung noch machen, wie gesagt. Mal gucken, ob es bei ihr Shiny ist dann auch. Irgendjemand hat irgendein... Was ist los? Warte, 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 warte. Was haben wir denn da? Ein 91er Shiny. Guten Tag. Ich bin der Alarm. Jetzt habe ich den Kampf verloren, weil ich nicht hingeguckt habe. Nein, alles ist gut. Das nächste Shiny auf jeden Fall bei der Lina. Ah, nee, Lina. Wer kennt das nicht? Mein erstes Lied. Und dann fangen wir das noch mit gelber Beere. Wir müssen ja jetzt Bonbons farmen. Meistens hat man eh so 18 oder 16 Stück. Da kann man sich das ruhig mal erlauben. Immer eine gelbe Beere drauf. Wenn man Glück hat, bleibt es trotzdem drin. Mit dem Eterus macht man ja sonst nichts. Obwohl das in letzter Zeit einige auch in der Meisterliga nehmen. Warum, weiß ich nicht. Ich würde die alle wegpacken und ein Hunderter hochziehen. Ansonsten mache ich damit nichts. So. 160 Sekunden übrig. Gucken wir mal. Ob jemand einen Shiny hat. Spaß. Naik, aber wer das Beste hat natürlich. Ist, glaube ich, auch nicht wettergeboostet, oder? Nee. 1978. Jemand was über 2000? Ja, über 205. Was muss er? Weiß ich doch nicht. Das ist es ja. 2051 bestimmt. 2000, genau. Und 2023. Was? Habt ihr das Spiel auch ein paar? Auf dem Rade? Nö. 2002. Also Android. 2002. Also 2000 und 2023. Ja, ich habe auch Android. Was? 2023? Ja, ja. 2023. Das ist das Höchste, sagen wir jetzt einfach mal. Wir fangen jetzt ein bisschen. Schneide ich dann rein oder so. Keine Ahnung. Und dann sucht man natürlich weiter Shinies. Also Chinesen. Ach, vergisst es einfach. So, wir müssen uns nochmal kurz zurückmelden, denn Pupsi ist jetzt da, wie man da sieht. Die spielt jetzt auch mit zwei. Der Herr Ritter ist auch noch da. Hab den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt er? Norman. Der Norman Ritter ist auch da. Wir machen nochmal kurz hier einen kleinen Shiny-Check. Und, hä, weg ist es. Ich habe jetzt nochmal in der Gruppe nach... Shiny! Ich habe jetzt nochmal in der Gruppe nachgefragt. Es gab also wirklich... Ich muss schon wieder mich beim Kai entschuldigen, wie ich eine zu Unrecht betitelt habe. Meine Kinder kommen schnell weg. Meine Kinder kommen... So viele haben jetzt die Quest vom Kapitel 1 komplett gelöst und haben kein Shiny bekommen. Pupsi auch. Quest 1, weg, Kapitel 1. Kein Shiny bekommen. Es gibt also kein garantiertes Shiny. Das war ja bei der Spezialforschung bei der Safari-Zone anders. Da gab es ja ein garantiertes... Da, ein Eis, ein Shiny. Ein Eis, ein Shiny. Bei der Safari-Zone gab es ja ein garantiertes Lumpy Shiny bei der Quest in der Spezialforschung. Und jetzt hieß es, dass es hier auch ein garantiertes gibt. Aber der Kai hat keins bekommen. Pupsi hat keins bekommen. 6, 7 andere Leute haben keins bekommen. Deswegen... Die hat auch keins bekommen. Die hat Eis. Die braucht sich nicht beschweren. Es gibt also kein garantiertes. Ich habe kein garantiertes Shiny. Ich will mir deinen Arzt. Wenn ihr keins hattet... Was? 16? Ich muss spielen. Ich habe keine Zeit, hier zu reden. Tschüss. Und das nächste Shiny ist da. Wunderbar. Pupsi versucht immer noch, ihre Spezialforschung zu Ende zu bringen. Ditchen versucht immer noch, sein erstes Pokémon zu fangen. Nein, der muss ja... Der macht immer so. Der schießt immer so. Da fliegen immer die Bälle irgendwie sonst wohin. Das hängen die hinterher. Er macht das schon. Wir fangen das jetzt auf jeden Fall noch. Laufen weiter. Kommen zur Carridas Gas. Und dann... Mal gucken, wie lange Pupsi Bock hat. Müssen nämlich heute noch einkaufen gehen mit der Mama. Und ich habe gesagt, eigentlich nach dem Sea Day, 18 Uhr. Aber das Pupsi wieder mal zu spät. Die will den Sea Day am liebsten jetzt schon abbrechen. Ja, wenn ihr euch noch ein ganzes Ditchen machen wollt. Nee, heute nicht. Ich habe heute keinen Hunger mehr. Ich habe heute zum Frühstück schon eine Tüte Luft gegessen. Und jetzt... Nee, ich habe zwei Grillkäse genascht aus der Mikrowelle. Da hinten sind die Kinder, die mich den ganzen Tag schon ärgern. Die laufen rum. Die fangen Shinies. Und dann sagen die auch noch, wie viel sie gefangen haben. Wir haben 19 Stück. Na, warte. Ich habe Bier und Eis. So, mir geht's gut. Wir tippen. Aber kein Bier. Sonst zeige ich euch nämlich an. Ja, gut. Oh, da ist Zucker drin. Und im Bier ist Hefe. Gut, ihr habt gewonnen. Hey, das ist alkoholfrei. Ja, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall das nächste Abra gefangen und wir können uns eigentlich alle Fragen, die wir uns gestellt haben, selbst beantworten. Denn es gibt doch hier... Hallo. Shiny. Mit 359. Es gibt doch hier neu jetzt bei euch in der Biernei-Liste diese Event-Anzeige. Da stehen sogar die Community-Days drinne. Junge, ihr seht, Event endet in Null Tagen und zwei Stunden. Jetzt ist es nämlich 14 Uhr. Also eigentlich geht's noch drei Stunden. Was? Nein, eben standen noch drei Stunden, aber jetzt geht's zwei Stunden 59 zum Beispiel. Aber es stehen halt keine Minuten da, deswegen steht nur die zwei da. Und da steht auch dabei nämlich fünf überraschende Begegnungen mit Abra in Go-Schnappschuss. Also, von wegen zehn, von wegen acht, von wegen fünf, es sind fünf. Steht auch hier, wenn ihr guckt, steht das alles dabei. Es steht auch der Rest dabei, der noch da dabei ist. Es steht auch das Kumpelspaß-Event dabei, wie lange das geht. Ganz wichtig, diese besonderen Bonusse. Mit zweimal Rauchwirkung, erhöhte Rauchwirksamkeit, 30 Geschenke, 20 Geschenke im Beutel, keine Gehanforderung, halbe Schlüpftdistanz. Das Ganze, diese ganzen Bonusse, die wegen Corona und so eingeführt wurden, die gehen in fünf Tagen und neun Stunden weg. Wer das noch nicht wusste, hier könnt ihr immer nachgucken. Hier seht ihr noch Pokemon-Szenarien. Fleck Noil, Alter. Fleck Noil, Unra Tudox, alles dabei, aber das ist uninteressant. Wir laufen jetzt weiter mit Bier und Eis auf jeden Fall. Sandra will nur noch ne halbe Stunde spielen. Die will also 14 Uhr den Community Day einfach abbrechen. Da ist er schon mal bis 17 Uhr und sie sagt einfach, sie hat keinen Bock. Dafür hat das Rayquaza jetzt noch einen Kopfball gemacht. Wir freuen uns. Und bevor die die 20 Shinies erreichen, sind wir weg. Das tun wir uns nicht mehr an. So, Abra wurde gefangen. So, wir sind wieder bei der Caritas Gast. Das nächste Scheini ist auch am Start. Der Typ mit Hut. Der Typ mit Huhn. Der Typ mit einer Dose Energy. Der Typ mit dem Bier im Rucksack. Der Typ, der Sachen ausmacht und sich nicht dran hält und dann einfach sich verpisst und inkognito unterwegs ist, ist auch mal wieder am Start. Der Typ, der Challenges mitmachen wollte und ich die jetzt anders machen musste. Den kennt ihr ja. Schreibt mal rein, wenn ihr den Typ mit Hut auch kennt. Mit Huhn. Mit Huhn, das einen Hut hat oder wie auch immer. Da kommen schon wieder die Pisskinder. Nein, da kommt auf jeden Fall der Liquid Ghost. Und die Lina, die schon 34 Shinies haben, wir fangen jetzt. Und Pupsi dreht auch gleich durch. Die will nämlich heim. Der brennen die Füße. Da unten brennt mir gleich alles weg. Wie beim Assi-Tony. Deswegen müssen wir wahrscheinlich den Seat-Day zwei Stunden eher beenden. Aber wenn, dann muss ich unbedingt noch das höchste Shiny mit ihr tauschen, um es zu entwickeln. Um 100 Bonbons zu sparen. Ich kann scheinen Toppie bekommen. Gebrutet. Das interessiert mich doch nicht hier. Kriegst du gleich eine? Nein, alles gut. Shiny Togebi, wunderbar. Nimm da auch noch mit. Wunderbar. So muss es sein. Das habe ich gerade noch gefangen. Wo meine ganzen Eier gehen auf. Hä? Das kenne ich doch. Das habe ich doch auch eben gefangen. Shiny. Da ist das nächste. Okay, ich glaube die Luft ist raus. Noch sieben Minuten laufen wir ein bisschen im Kreis. Nehmen noch was mit. Habt ihr den Abra C-Day komplett gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich sechs Stunden lang unterwegs wart. Ich denke mal die Shiny-Rate war sowieso etwas erhöht, dadurch, dass die meisten Leute einfach nur zu Hause spielen sollten. Dass da jeder was bekommt. Wer wirklich gar kein Shiny bekommen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Das wird dann der Schocker der Woche. Shiny schon wieder mit 646. Ihr seht im Minutentakt. Jetzt ist es 55. Wir müssen mal gucken, ob die Pisskinder auch wieder eins bekommen haben. Und habt ihr noch ein Shiny bekommen? Ne. Ich habe schon zwei Stück bekommen auf dem Weg hier hoch. Ach, die machen sich aber mich lustig. So, jetzt ist es 15 Uhr bzw. 15 Uhr 8. Der Rauch ist noch an. Wir werden jetzt aber alles beenden. Wir haben nämlich jetzt 15 Shinies. Wie gesagt, ich habe ja nicht von Anfang an gespielt. Und ich spiele auch nicht bis zum Schluss. Aber was bringt es, wenn ich jetzt noch mehr kriege? Ich werde wahrscheinlich sowieso bis auf sechs Stück wahrscheinlich alle wegschmeißen dann. Die Seaday-Shiny sind ja sowieso eigentlich nicht so selten. Deswegen braucht man die eigentlich nicht. Wir, gut, das tippen wir auch noch an. Wir müssen nämlich jetzt noch hoch. Wir müssen noch ein Rohr reparieren. Mein Waschbecken läuft aus in der Dreckswohnung. Weil da nämlich alles kaputt ist. Nein, keine Ahnung. Irgendwas ist da. Der Gummipfropfen hat sich verschoben. Und jetzt läuft das immer raus. Wir haben seit kurz vor zwölf auf jeden Fall angefangen zu spielen. Oder halb zwölf. Die Lina hat eh alles abgerissen. Die hat hier, was weiß ich, 25 Shinies oder irgendwas bekommen. Also wenn da keiner mehr mehr hat, dann hat die hier gewonnen. Dann hat die den Joker gezogen. Das ist auch keins mehr. Gehen wir jetzt mal zurück. Wir geben hier mal schillernd ein. Eigentlich dachte ich, ich tausche mit Pupsi einfach das Höchste, was sie hat. Und werde dann das Höchste entwickeln, dass ich die 100 Bonbons spare. Problem ist, sie hat selber nur eins. Und auf dem anderen hat sie schon eins entwickelt, wo sie eins hatte irgendwie. Oder das eine, was sie hat, hat sie entwickelt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da nichts zu holen. Wir gucken jetzt trotzdem mal. Wir können die hier ja mal kurz durchbewerten. Was wir da bekommen haben. Nichts, nichts, nichts. Das ist auch nichts. Alles Mist. Also da ist auf jeden Fall kein richtig Gutes dabei. Das hat zwar 15 Angriff, aber das sieht gut aus. Ist mir aber zu niedrig. Deswegen gehe ich hier wieder raus. Das sind 15 Shiny. Das Höchste entwickeln wir jetzt noch. 770. 785. Also nehmen wir das. Entwickeln es einmal durch. Über 2000 Bonbons haben wir auch noch da. Gucken uns das an. Ist ein bisschen blass. Aber das Simsela am Ende hat ja dann so rosane Aspekte drin. Das sieht dann auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Hier Kadabra auch unspektakulär. Hat jetzt hier so eine hellbraune Weste an, wenn man es so nennen will. Tauschen brauchen wir es nicht. Ist egal. Ditschen hat hier mit zwei Accounts gespielt. Aber auf dem einen hat er auch nur eins mit 160 WP. Auf dem anderen hat er gar keins. Und so kann ich meinen Spezialtausch heute noch für was anderes nutzen. Bonbons habe ich ja genug. Deswegen ziehen wir durch. Machen einen Simsela. Das Höchste auf der Hand. Mit 1800. Das ist wirklich gar nichts. 1800. Hat aber Konda und Feuerschlag. Wie hoch ist euer Simsela? Was habt ihr für eins entwickelt? Habt ihr die 2000er Marke geknackt? Was war euer höchstes Shiny? Was war euer bestes Shiny? Das Zweithöchste werden wir natürlich auch noch entwickeln. 739. 770. Ja, das müsste das Zweithöchste sein. Das machen wir natürlich zu Kadabra. Dann sind wir auch fertig. Hoffen wir hatten Spaß. Schreibt mal rein, wie viele Shinys habt ihr gefangen? Wie lange habt ihr gezockt? Wie ist eure Ausbeute so? Hat es Spaß gemacht? Wart ihr draußen? Habt ihr drinnen gezockt alles? Habt ihr Rauch gezündet? Lokmodule? Schreibt mal alles rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. いく. Pr져ским. üss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.